Hallo zusammen. Ausreichender Wohnraum und bezahlbare Mieten sind eines der drängendsten Probleme in den großen Städten. Es kann nicht sein, dass Menschen keine Wohnung finden oder ihre Miete mit dem Gehalt, was sie verdienen, kaum noch bezahlen können. Hier muss die Politik handeln. Diskutiert wird seit längerem eine Mietpreisbremse, die auch schon in Kraft ist. Sie kann aber keinen neuen Wohnraum schaffen, sondern nur die Miethöhe regulieren. Das ist ein wichtiges Signal, aber mehr eben auch nicht. Wir brauchen noch mehr politische Anstrengungen, damit mehr und neuer Wohnraum entstehen kann. Beispielsweise durch eine weitere Förderung des sozialen Wohnungsbaus. Durch ein Überdenken von Standards, damit Bauen ein Stück weit billiger werden kann. Wir müssen aber auch die Menschen fördern, gerade Familien mit Kindern, die für sich und ihre Zukunft ein Eigenheim oder eine Eigentumswohnung erwerben müssen. Und mit diesen Maßnahmen zusammen kann wieder mehr Wohnraum entstehen. Und das wird langfristig die Mieten bezahlbar halten und neuen Wohnraum schaffen. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 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 Vielen Dank.